Ach ja, was ein tolles Spiel. Herzlich Willkommen zurück bei Let's Play Oblivion. Wir waren letztens vor diesem Höhleneingang stehen geblieben und man kann ja nochmal ganz kurz eine Schweigeminute einlegen, die Ambiente genießen, die Musik genießen. Vielleicht nochmal kurz da hinten rüber gehen und das da aktivieren. Das dürfte uns nämlich einen kurzzeitigen Buff geben. Es sei denn, es gehört zu dem DLC mit Knights of the Nine. Nein, keine Ahnung, ich weiß das nicht mehr ganz genau. Ich habe die noch nie vollständig gemacht, die Quest-Serie. Ah ne, es ist eine ganz normale Quelle, aus der wir jetzt Kraft gewonnen haben. Perfekt, so. Jetzt würde ich dann auf jeden Fall mit euch erstmal in die Höhle reingehen und danach mal schauen, was wir danach machen. Wahrscheinlich werde ich ein bisschen die Dunkle Bruderschaft weitermachen und dann wahrscheinlich ein bisschen an die Hauptquest angehen. Vielleicht, ich muss mal schauen, inwiefern ich Shivering Islands noch, äh, ich drücke immer die falsche Taste. Inwiefern ich Shivering Islands noch mit reinnehme, ob ich das mittendrin fertig mache, ob ich das nach der Hauptquest mache, wann ich das mache. Irgendwann werden wir die zitternden Insel auf jeden Fall auch noch machen. Bin mir nur noch nicht genau sicher, wann ich das einschieben werde. Wenn es mir halt gut passt. Okay, läuft weg. Komm zurück. Okay. Sie ist ein bisschen blöd und hängt hier an der... Hä? Was denn jetzt? Ich wollte gerade sagen, sie ist ein bisschen zu blöd und hängt sich hier an dem Ding fest, aber... Hänge ich hier jetzt selber fest? Ach nee, ich bin zu schwer belastet. Jetzt sehe ich es erst. Hä? Aber ich war doch vorher... Ich bin doch gar nicht zu schwer. Okay, vielleicht war das nur ein Zauber. Vielleicht hat sie mich irgendwie mit einem Bogen verzaubert, weil man kommt ja hier eigentlich problemlos durch. Sie hat hier ja gerade noch... Sie hat hier ja gerade noch... Wege der... Wege der fehlenden Intelligenz von den KIs hier. Fehlenden Intelligenz von... Fehlenden Intelligenz von den KIs hier. Aber anscheinend hat sie mich mit irgendeinem Zauber belegt. Ja, lege ich. Tschüss. Ey, die haben alle verzauberte Waffen, die mir als Schnelligkeit und so ein Kram entziehen. Was soll denn das? Na, den kann ich jetzt auch kaum mehr looten. Weil ich jetzt zu... Jetzt habe ich zu viel. Ja, ich muss definitiv verkaufen gehen. Definitiv. Na, nehmen wir doch natürlich den. Und den hauen wir weg. Den hauen wir weg. Die Stahlsäbel will ich behalten, weil ich die verkaufen will. Aber wenn der jetzt hier... Der ist ja verzaubert hier und wenn der jetzt irgendwie was entzieht, dann nehme ich den natürlich. Tschüss. So, hast du Gold? Nein, du hast einen Dietrich und Eisenpfeile nehme ich auch. Ich spiele zwar nicht wirklich mit Bogen, aber... Vielleicht ändert sich das ja noch. Habe ich eigentlich einen Bogen ausgerüstet? Ja, habe ich. Also notfalls. Und einen Köch habe ich auch, ne? Ja, also vielleicht sollte ich ja das ein oder andere Mal sogar ein bisschen mehr mit dem Bogen spielen. Ja, ich habe auch noch ein bisschen was anzusprechen. Und zwar, wer die Let's Plays verfolgt, dem ist... Ich drücke immer R. Und das ist aber immer Perspektivenwechsel. Damit will ich die Waffe aber immer wegstecken. Das ist ein bisschen verwirrend. Sollte ich vielleicht mal bei Zeiten umlegen. Wer die letzten Parts verfolgt hat, dem ist bestimmt aufgefallen, dass ich da hin und wieder so Lags drin habe und Verzögerungen. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, woran das liegt. Aber ich habe das Gefühl, dass das immer dann kommt, wenn meine CPU ausgelastet ist und deswegen der Rechner anfängt zu spinnen. Und da das jetzt momentan gerade anscheinend perfekt läuft und das Spiel an sich ziemlich flüssig läuft, ohne irgendwelche Einstürze, gehe ich einfach mal davon aus, dass es jetzt geht. Immer wenn diese Einstürze kommen, das wird vor allem in Far Cry wahrscheinlich der Fall sein, weil das ja ein bisschen anspruchsvoller ist als Oblivion. Dann muss ich schauen, wie ich das mache. Bald ist das Problem ja sowieso gelöst. Weil bald habe ich ja dann hoffentlich eine Lösung dafür gefunden. Und dann wird sich das erledigt haben. Aber die Let's Plays, die ich bis dahin jetzt weiterhin aufnehme, die könnten diese Lags, diese Verzögerungen noch eventuell enthalten. Dafür entschuldige ich mich, aber das kann ich jetzt erstmal nicht ändern. Das muss man sich jetzt erstmal über sich ergehen lassen. Finde ich natürlich auch nicht so super, aber ist halt so. Das ist auf jeden Fall Titan-Quest-Musik, die da im Hintergrund spielt. Hier sind wir lang gelaufen, das heißt, eigentlich müssten wir doch in die Richtung jetzt hier zurückgehen. Und da kommt auch schon Oblivion-Musik. Ne, Quatsch, das ist auch Titan-Quest, oder? Ich höre mir das noch ganz kurz mit an. Ja, Titan-Quest. An dieser Stimme erkennt man's. Ihr solltet rasten und über das Gelernte reflektieren. Oh, okay. Wir sind ein Level abgestiegen. Sind wir mit dem Charakter überhaupt schon vorher mal ein Level abgestiegen? Ich habe die letzten Parts auch alle nicht mehr im Blick, weil ich eben einfach die erst viel später aufnehme. Hier steht die Stufe nicht, ne? Doch, Stufe 1. Und also das ist jetzt das erste Mal, dass wir eine Stufe aufsteigen. Gut, dann habe ich das ja noch gar nicht erklärt, wie ich das mache. Man kann sich natürlich später Häuser zulegen, wo man dann sein persönliches Bett hat und darin schlafen kann. Aber solange wir das noch nicht haben, werden wir zum Arena teilgehen und dort uns anmelden und schlafen gehen. Und was das Gute daran ist, ist, dass wir auch direkt mal verkaufen gehen können. Weil hier ja in der Kaiserstadt ist ja dann direkt nebenan gleich ein Laden, wo man so eine ganzen Sachen verkaufen kann. Und da werde ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen was verkaufen. Und wir können uns hier... Ich dachte, das hätte ich noch nicht gemacht, aber ich war anscheinend schon in der Arena. Gut, dann muss ich mich ja nicht... Ja, stimmt. Genau, jetzt fällt es mir auch gerade erst wieder ein. Wir haben noch das Arena-Gewand hier. Dumm, dumm, dumm. Okay. Vergesst es. Ich leg mich pennen. Das war, glaube ich, ein bisschen zu wenig Schlaf, aber werden wir jetzt erstmal das Level aufleveln. Ähm... Stärke auf jeden Fall. Und wir wollten stumpfe Waffen mit Schnelligkeit machen. Also Schnelligkeit auch auf jeden Fall. Und dann hätte ich gesagt... Sicherheit, Schleichen und Schießen. Ne, das eher nicht. Blocken, Waffenschmiedekunst, schwere Rüstung. Gibt es hier jetzt irgendwas, was direkt für stumpfe Waffen zuständig ist? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne, ne, nehmen wir doch Konstitution. Ja, stimmt, wir mussten ja auch mal schlafen, damit wir mit dem Typen da von der dunklen Bruderschaft reden konnten. Mit Lucien Lachand, das genau. Du willst hier durch? Kommst du aber nicht. Hau ab, tschüss. Du kommst hier nicht durch? Ja, okay, komm, wir lassen dich mal durch. Du willst kämpfen? Ich grüße euch. Haha, sie juckt es gar nicht. Er grüßt sie so und sie haut dann hier direkt da. Kann ich da jetzt? Ach, ich versuch's nicht. Alter, jedes Mal drück ich den falschen Knopf zum Weghängen. Ich grüße euch. Also zum Weghängen, zum Wegtun der Waffe. So, ausgeschlafen. Früh am Morgen werde ich mal schauen, ob der Laden schon offen hat. Ich befürchte nicht. Ich befürchte, der Laden hat noch nicht offen. Marktbezirk hier. Zur Verteidigung, oder wie heißt das? Die beste Verteidigung? Hieß das die beste Verteidigung? Irgendwas mit Verteidigung. Das ist nämlich immer der Laden, wo ich immer hingehe. The best defense, genau. Die beste Verteidigung hat jetzt aber noch zu. Also schlafen wir. Aber nur bis 11.40 Uhr. Das müsste jetzt eigentlich ausreichen, dass er offen hat. Ja. Waren wir hier denn schon mal irgendwas verkaufen? Kann ich euch etwas von meinen Waren sagen? Nein, aber ich von meinen. Äh. Habe ich schon gefeilscht? Ja, doch, habe ich schon gesetzt. Das heißt, wir waren auch schon mal hier und haben schon mal hier was verkaufen. Alles klar. Den Kram hier brauche ich alles nicht. Das verbraucht Gewicht. Also kommt es weg. Die kommen weg. Nein. Wobei, eigentlich könnten die Fackeln, ja, die bringen zwar kein Geld, aber nehmen auch kein Gewicht weg. Also behalte ich sie einfach mal. Oh, wir haben 202 Pfeile, jeder kostet 0,1. So viele Pfeile brauchen wir ehrlich gesagt gar nicht. Ich werde mal 99 davon verkaufen. Mauspad ein bisschen dreckig. Erst mal sauber machen hier. Äh. Ja, das war's schon. Mehr. Jaja, kein Problem. Es sei denn, du hast noch eine geile... Ne, Quatsch. Die Waffen hatte ja jemand anders. Wir gehen mal zu diesem Ork-Typen. Der hatte, glaube ich, gute Waffen. Hier, war das das? Die vergeudete Karaffe. Slash'n'Smash. Genau, hier. Dem Typen. Der hat doch bestimmt eine geile stumpfe Waffe. Urbul-Gro-Orkulk weiß, dass ihr Äxte und stumpfe Waffen habt. Ja, genau, genau. Was darf ich euch anbieten? Stumpfe Waffen. Ganz, ganz genau. So, wir gehen mal nach dem Schaden. Stumpf zweihändig. Fünf. Wie viel macht unsere jetzige Axt? Kann ich das mal schnell nachgucken, Jungs? Fünf. Okay. Hat sich, hat sich erledigt. Hau, hau rein. Brauchen wir nicht. Wenn wir selber schon fünf Schaden machen. Gut, ich hatte jetzt eigentlich... Benötigt ihr Booten? Ach so, ein neues Thema. Ich hatte jetzt eigentlich gesagt, ich hätte 1, 2 Kämpfe in der Arena gemacht. Wir haben jetzt schon ein paar Kämpfe in der Arena gemacht, anscheinend. Aber ich werde einfach trotzdem nochmal als Abwechslung immer so zwischendurch mal 1, 2 Arena Kämpfe reinbringen. Dann werde ich mal eine Quest von der Dunklen Bruderschaft machen. Dann werde ich mal eine Quest in der Hauptquest weitermachen. Also ich werde das so ein bisschen mixen. Ich werde jetzt nicht stumpf 1 abarbeiten und danach zum nächsten gehen. Ich werde die so ein bisschen miteinander vermischen. Dann ist es auch ein bisschen spannender. Aber, bevor ich hier ankomme, muss ich auf jeden Fall das Ding hier anlegen. So. Machen wir ja in einem oder anderen Kampf. Oder zwei. Und dann passt das. Dann werde ich als nächstes auf jeden Fall die erste Quest der Hauptquest anfangen. Und danach wird es dann wahrscheinlich mit der Dunklen Bruderschaft weitergehen. Also wie gesagt, ich mixe das immer so ein bisschen ab. Um 52 habe ich angefangen. Heißt also, ich nehme schon seit 11 Minuten auf. Also ca. 5 Minuten noch. Dann ist der Part sogar schon vorbei. Aber ich glaube, ich nehme jetzt direkt mal zwei Parts auf. Von daher schaffe ich dann auf jeden Fall in dieser Aufnahmesession noch ein bisschen. Aber in dem Part hier schaffen wir jetzt nur noch die paar Kämpfe und dann noch das Annehmen der Hauptquest. Ja, los komm, Schlag. Los, Schlag. Ja, und boom. Direkt in Faith. Der heilt sich. Was ist das denn für ein Hurensohn? Und zack, in Faith. Dann kriegst du hier nochmal einen Feuerball. Kriegst du da nochmal einen Feuerball? Boah, die machen echt viel Schaden, die Feuerbälle. Obwohl ich nicht mal auf Feuerbälle gehe. Boah, wir können schon sehr weit und hoch springen. Das gefällt mir. Hier werden wir uns erstmal komplett wieder voll regenerieren. Und dann will ich meine Kohle haben, bitte. Und diesen Kampf machen wir noch. Und nach diesem Kampf werde ich dann noch eben, wie gesagt, die Hauptquest die nächste schon annehmen und dann beende ich den Part. Heißt also, wie die Hauptquest dann aussieht und wie die dunkle Bruderschaftsquest weitergeht, das seht ihr dann alles im nächsten Part. Ach, wenn man blockt, kann man gar nicht springen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Heißt doch nicht immer. Heißt doch nicht immer. Du nährst, Alter, stirb jetzt. Danke. Gold, bitte. Ja, kannst du nicht glauben, ich weiß. Ist aber so. Das macht schon relativ viel Rüstung, aber wie viel macht das hier? Ach, das macht viel mehr. Ach, na dann ist egal. Dann ist die sowieso 10.000 Mal besser hier, die dunkle Bruderschafts... Das ist dunkle Bruderschaftsgewand. Wenn es dann zusätzlich noch diese Magiefähigkeiten da hat. So. Das ist, äh, das ist mit den Zitter den Inseln. Ich werde wahrscheinlich vielleicht in nächster Zeit mal da vorbeischauen. Da gibt es ja auch, äh, krasse Stahlrüstung, die man sich da holen und dementsprechend verkaufen kann. Benutzen werde ich sie aber nicht, weil wir, wie gesagt, auf leichte Rüstung gehen und da gibt es nur schwere Rüstung. Und auch keine stumpfen Waffen. Glaube ich. Wobei, vielleicht gibt es ja da... Aber wir werden es sehen. Also ich habe da bisher immer nur so Langschwerter gesehen, so Stahl-Langschwerter. Die können wir nicht gebrauchen, aber vielleicht gibt es ja einen Streitkolbe oder sowas aus Stahl. Das müssen wir uns dann irgendwann nochmal anschauen. Das ist die Arena-Quest. Hier, liefert das, ähm, Amulett ab. Das machen wir jetzt noch. Ja, und dann sind wir auch schon mit dem Part durch. Ja, ich weiß, dass ich das Amulett abliefern muss spielen. Ich bin doch nicht blöd. Ja, wobei... Nee, allgemein, allgemein würde ich sagen, ich bin nicht blöd. Hi. Ich bin Bruder Joffrey. Das ist unmöglich. Niemand außer dem Kaiser darf das Amulett berühren. Bei den Neuen. Das ist das Amulett der Könige. Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Was wisst... Wer seid ihr? Wie habt ihr das bekommen? Ja, da staunst du, was? Sagt die letzten Worte des Kaisers. Unglaublich eure Geschichte auch klingt. Ich glaube euch. Nur das seltsame Schicksal... Wer ist der Prinz der Zerstörung? Der Fürst der Zerstörung, den er nannte, ist niemand. Ach, da bin ich... Hab mich gefragt, ob er jetzt gar nicht mehr redet. Ich bin mir nicht sicher. Nur die Kaiser wissen, das Amulett der Könige ist alt. Sehr alt. Wenn ein Kaiser gekrönt wird, entzündet er... Jetzt, da der Kaiser tot ist und kein Thronerbe gekrönt, werden die Drachen... Vielleicht haben uns die Drachenfeuer vor einer Bedrohung geschützt, von der nur der... Ich gehöre zu den wenigen, die um seine Existenz wissen. Vor vielen Jahren... Eines Nachts rief Uriel mich in seine Privatgemächer. Ein Säugling, ein kleiner Junge lag schlafend in einem Körbchen. Er sagte mir nichts über das Baby, aber ich wusste, dass es sei... Jetzt scheint es, dass dieser als Bastard geborene Sohn, der... Sein Name ist Martin. Er dient... Ihr müsst sofort nach Quatsch gehen finden. Und... Und bitte, lasst es mich wissen, wenn ihr etwas braucht. Wir müssen also nach Quatsch und Martin finden. Was ist das denn für ein Quatsch? LOL. Okay, gut. Witz für diesen Part auch. Man kann ja in jedem Part so einen täglichen Witz reinbringen. Das war der Witz für diesen Part. Ich weiß, ultra lustig. Ich bin einfach ein Naturtalent. Wir stellen uns jetzt mal hier rauf. Hier rauf, habe ich gesagt. Dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Huch. Bis zum nächsten Mal. Hau da rein und ciao.